Ein Feuer ist am Samstagabend im Rederinger Ortsteil Persdorf ausgebrochen. Eine Schreinerei steht in Flammen. Redering zu einem Brandeinsatz ist die Feuerwehr am Samstagabend, 18. Januar alarmiert worden. Ein Betriebsgebäude soll dort in Flammen stehen. Brennendes Gebäude ist eine Schreinerei in Persdorf. Nähere Informationen zum Umfang des Einsatzes sind aktuell noch nicht bekannt. Auch nicht, ob es Verletzte gibt. Nach ersten Informationen vor Ort handelt es sich bei dem brennenden Gebäude um eine Schreinerei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017